Du Helga, bist du ein Kumpel von mir? Na klar, das weißt du doch. Wie mache ich das eigentlich mit einer 17-Jährigen? 17-Jährige? Harry, immer originell sein. Immer originell sein. War es zu laut? Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was machst du? Ja, ich bin Angestellter. Ist da eine Wohnung? Mhm. Zwei Zimmer in Nymphenburg. Ich will mit dir kommen. Warum? Bist du nervös? Bist du nervös? Au Das war's für heute.